Wir schauen uns jetzt von Christian und von der Nina eine Variation an, wo der Christian, der Nina, Hilfestellung gibt. Achtet auf die Wortwahl, was der Christian sagt und wie der Christian es sagt. Bitteschön. Ende der Bank bei jedem Schild. Immer den Rand ertasten. Sehr schön. Ertasten den Rand. Das ist so ungefähr zu 1,50 Meter bis zum Ende. Immer ertasten. Langsam machen jetzt. Mit dem nächsten Schritt ertasten du das Ende der Bank. Genau. Er schließt sich an dem Ende der Bank auf. Und jetzt machst du einen kleinen Auswärtsschritt nach links. Sehr gut. Und jetzt ertasten du beim nächsten Schritt wieder den Rand der Bank. Ertasten den Rand. Ist okay, kann ruhig mal die Stimme weg. Hat sie jetzt verstanden. Jetzt muss er wieder eine Info geben, wie weit die Bank entfernt. Also das Ende ist... Jetzt ertasten das Ende der Bank. Genau. Und jetzt kann man rum. Und Vorsicht, jetzt kommt er zum Schildbein. Ein ganz schmaler... Ein ganz schmaler Flächer. Und immer den Rand ertasten, ja. Die Hälfte der Bank, der im Schildbein, das hast du jetzt. Langsamer werden, diese tastest du wieder die Bank. Sehr gut. Versuch mal jetzt ohne Tasten der Ränder klar zu kommen und einfach mittig über die Bank zu gehen. Vielleicht hast du das schon. Wenn nicht, tastest du wieder. Jetzt bist du langsamer. Langsamer. Du kommst zum Ende der Bank. Ertasten das Ende. Vorsicht. Jetzt befasstest du den Schildbein. Du hast hier. Einige Kottenverlangen. Das war die Kung-Kottenverlangen.